Vorwort Das innere Kind wird im Volksmund oft als eine Art und Weise verstanden, sich ein wenig kindliches Verhalten zu bewahren. So soll der Körper und die Seele mehr Lebensfreude erfahren, wodurch der Betroffene im Allgemeinen wieder glücklicher sein wird. Den Ursprung findet diese volkstümliche Weisheit in einem therapeutischen Konzept, das zwischen 1970 und 1990 entwickelt wurde. John Elliot Bradshaw war ein wahres Allround-Talent, das sich nach seinem theologischen sowie psychologischen Studium vor allem der persönlichkeitsentwickelnden und therapeutischen Forschung zuwendete. Unter dem Inner Child, zu deutsch Inneres Kind, versteht Bradshaw alle Gefühle, Erfahrungen und die daran geknüpften Erinnerungen, die jeder einzelne Mensch aus seiner eigenen Kindheit mit sich trägt. Dazu gehören nicht nur die schönen Erinnerungen und Gefühle, sondern auch negative Empfindungen wie Angst, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit etc. Ausgehend von seinen Erfahrungen als Theologe sowie Psychologe beschreibt er den Zusammenhang zwischen den damals erlebten Empfindungen und dem Ich als Erwachsener. Demnach seien die in der Kindheit erlebten Gefühle, die noch nicht verarbeitet wurden, maßgeblich darin beteiligt, wie ein Mensch als erwachsene Person handelt und fühlt. John Elliot Bradshaw selbst schrieb dazu in seinem Buch, man kann nur heilen, was man fühlt, die Quelle John Bradshaw, wenn Scham krank macht, Verstehen und Überwinden von Schamgefühlen. Von dieser These ausgehend stellte er einige Aspekte des Innerscheils wie folgt dar. Mit Meditation, Hypnose und anderen Methoden kann der Zugang zur verschlossenen Gefühlswelt geschaffen werden, um mit unverarbeiteten Erlebnissen abschließen zu können. Vor allem Scham sei ein zentraler Punkt in Bezug auf die dysfunktionalen Gefühle. Dabei unterscheidet er zwischen einer gesunden Scham und einer kranken Scham. Letzteres ist ein Gefühl, das ein Mensch aufgrund eines Erlebnisses falsch assoziiert und sich deshalb zum Beispiel übermäßig anpasst, extrem schüchtern wird oder unter massiven Selbstwertkomplexen leidet. Süchte im Erwachsenenalter sind maßgeblich auf Empfindungen sowie Erlebnisse der Kindheit zurückzuführen. Als Heilungsmethode unterstützt er sogar das sogenannte Zwölf-Schritte-Programm. Es gibt also einen klaren Unterschied zwischen dem inneren Kind, wie es im allgemeinen Volksmund verstanden wird, und dem psychologischen Begriff des Inner Childs. Gemeinsam haben beide die Auffassung, dass die in der Kindheit erlebten Gefühle und Situationen einen großen Einfluss darauf haben, ob eine Person als Erwachsener glücklich bzw. rundum zufrieden sein kann. Sind deine negativen Erfahrungen des inneren Kindes nicht aufgelöst, kann es dazu kommen, dass du unter Blockaden oder Ängsten leidest, die sich negativ auf den Leben auswirken können. Sich mit deinem Inner Child auseinanderzusetzen, ist für die Persönlichkeitsentwicklung bzw. die Auflösung von Persönlichkeitsstörungen extrem wichtig. In diesem Hörbuch solltest du einen umfangreichen Eindruck davon bekommen, was das innere Kind eigentlich bedeutet, welche Auswirkungen es auf dich als Individuum hat und wie du deine Schwierigkeiten überwinden kannst. Wahrscheinlich wirst du im Laufe dieses Hörbuchs einige Verhaltens- und Wesenzügen an dir selbst wiedererkennen, die dir selbst bisher noch gar nicht aufgefallen sind oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Nach dieser Erkenntnis erfährst du konkrete Maßnahmen, wie sich dein inneres Kind selbst heilen kann und wie du mit Problemen umgehen kannst. Als letztes bekommst du einige Adressen und Tipps zur professionellen Hilfsangeboten, die dir dabei helfen, deine Persönlichkeitsstörungen verstehen zu können und diese aufzulösen. Bitte beachte, dass dieses Hörbuch eine Art der Selbsthilfe darstellt. Solltest du feststellen, dass deine Blockaden und Traumata sehr tiefgreifend sind, ist die Rücksprache mit einem Psychologen, Psychotherapeuten oder Psychiater ein absolutes Muss.